Will ich zurück? Wir sind gerade im Kampf gegen... ...weil ich One-Hit? Da bin ich ein bisschen Angst, dass das böse wird. Ähm... Ich hab grad gegoogelt. Ich weiß, was in dem Eintritt ist. Lern ich... Was von lerne ich jetzt? Shit! Voltwitch ist super. Wunderbath brauch ich. Warfling ist auch gut. Shit. Toll. Sehr schön. Ich will jetzt im hohen Gras weitergucken. Weil ich hab nur diese anderen... ...Ress-Fiecher gefunden. Schauen, was es hier sonst noch so gibt. Der soll sie eben nicht versiegen, weil... ...sie können mir schaden, deswegen hab ich keinen Bock drauf. Ich hab, wie gesagt, in dem Gras bis jetzt nur drei Viecher gesehen. Das war das da, die Entwicklung und... Ne, nicht die Entwicklung. War das die Entwicklung? Weiß es gar nicht. Keine Ahnung, das war das andere Vieh und... ...Delfin. Ich will es nicht. Es tut mir leid. Und da hatet ihr mich alle, weil ich einfach gegen die Regel verstoße. Ich fang ich auch gar nichts. Ich fang ich auch was und... Ist das frei? Wenn sehen. Ich würde erst zu dem versuchen, auch... ...hier... ...hier Thumbnails reinzubringen. Und wenn es nur ein Bild von irgendwas ist, was jetzt in dem Part passiert ist. Vielleicht hat... ...hatte der letzte Part ein... ...Thumbnail. Ich weiß es dicht. Das werden wir alles dann später sehen. Soweit ist. Komm, gib mir jetzt ein Scheiß-Bugummann, Junge. Krass da aus. Da hab ich mich gespoilert, was denn in dem Scheiß-Eitrede ist. Will ich kämpfen. Ich hab noch 10 Minuten, um so ein Scheiß-Spiel zu fangen. Wir nehmen das jetzt einfach, oder? Wir nehmen das jetzt einfach. Foxy, fang ich auch schon an irgendwas zu wiederholen. Mann! Ich glaub nicht, ich glaub nicht, Doc. Holy Mottof! Ich hab richtig Angst. Ich witsch, weil... Ich hab kein Pokémon zum Schwitchen. Holy Shit. Ah, ich witsch, ich könnte Facepalm einfügen. Mano. Aber wir werden uns das so ein Ding holen. Ich hab nicht ein Weiblech, weil... Verpiss dich, Krablu. Keiner mag dich. Ganz im Ernst. Also, Wall-Switch ist zu stark. Hat's vorhin nicht der Elektro-Attac überlebt? Okay, das war Level 21. Okay. Ist okay. Das nächste Mal cutten. Wir is down. Wir haben nichts. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wenn ich Doc verliere, weide ich. Der Kamera. Gut. Ich werd's nur hören. Wird keine Facepalm geben. Aber gut. Trotzdem nicht sein. Ist das so ein übelst gutes Training für Doc, alter. Ja, dass ich dieses Locki eigentlich gegeben hab. Obwohl, ich hab ja das riesen Magnet. Keine Wunde, dass das Ding einfach holen hättet. Was? Ist 2P. Abseher. Verpiss dich. Keiner mag dich. Scheiß Baluten. Baluten! Noch nicht. Wir brauchen, dass die Insel jetzt nicht aushält. Zumindest nicht von Doc. Wird da wohl ein Unterschied? Komm. Komm. Komm ab. Woll ich nun wirklich nicht haben, weil... Kommt, Leute. Es ist nun... Es ist jetzt nicht wählerisch, aber wir... Wir haben hier ihren Contest. Wie es die gesagt hat, wir dürfen uns ein Pokémon aussuchen. Das werd ich jetzt auch verdammt nochmal tun. Ich will unbedingt wissen, was das... Eckler-Boss für ein Typ hat. Interessiert mich in ihm schon brennend. Und auch wieder so Wasserpflanze. Ich hab doch Wassergestein. Och, Leute. Hier, ich bin dieser Scheiße zu. Boah. Es gibt diese Viecher ja wie Sand beim Meer, alter. Wir werden sehen, wenn... ...pricht die Zeit wirklich kurz vorm Ablaufen ist. Was nicht mehr so lange dauert. Fünf Minuten fang ich das nächste Grapplo. Äh... Ich glaub es ja bei dem Typen, der sie... ... so vorhin gehypen war. So vorhin gehypen war. Wie entwickeln oder so. Keine Ahnung. ... 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